Dann mal los. Oh, geh ich noch. Scheiße, scheiße. Na, Bier. Wo kommen die denn her? Lass dich vorbei. Dann auch hier raus, oder? Kann man nicht hier rüberhüpfen? Nein. Okay, die sind weg. Ja, aber jetzt hier ganz schnell linksrum und dann weg. Leise, leise. Leise, pssst. Leise, pssst. Eise, pssst. Mikram Malik wird uns mit einer neuen Batterien aushelfen. Wir haben vereinbart, dass er sie im Odia-Store trifft. Was ist genau hier? Die bekämpfen sich gerade gegenseitig. Ja, ist doch schön. Dann lassen wir sie doch erstmal dabei. Geh mal weg. Lass mich ein bisschen umeig. Ich verpiss mich mal von hier. Ja, ich mach noch einen Abgang. Wir können ja hier zum Geschäft. Schon mal da unten ist ein Eingang. Können wir hier rein? Nö. Wahrscheinlich nicht. Pass auf. Die kommt hier richtig runter. Scheiße, man die nicht leise killen kann, ne? Das wäre geil, ne? Da bist du ja, Arschloch! Geh blut! Ja, jetzt müssen wir. Da bist du ja, Arschloch. Was ist das denn für eine Begrüßung? Ich dachte, du freust dich mal, mich zu sehen. Herrlich, ey. Da wirst du leiden. Ja, du bist auch so ein Leider. Wir müssen den Außenbereich sichern. Nutzt jetzt alles nix. Ja, hilft nix. Ich schmeiß mal ne Rolli. Mal gucken, wenn wir hier noch alles Talo haben, sagen können. Okay, wir sind jetzt ein bisschen in der Luft geflogen. Da kommt wieder so einer mit dem Stöckchen. Die will ich hier bewegen. Agent, ich habe etwas über Malik nachgeforscht. Und ihr hat ihn nur wenige Tage vor dem Ausbruch gefeiert. Behalten Sie ihn im Auge. Äh, wo ist denn das Geschäft? Tja, wie kommen wir denn jetzt da rein? Ah, hier ist ne Tür. Ich habe den Weg. Warten Sie, ich mache eine andere Seite auf. Ja, schön. Okay, wir müssen noch... Im Keller finden Sie die benötigten Batterie-Packs. Hä? Und den einzigen Computer in DC, der sich noch mit dem Udia-Netzwerk verbinden kann. Ich brauche die Daten auf dem Computer. Ach, der Keller ist das ja nicht mehr. Bringen Sie mich hin und die Batterien gehören Ihnen. Na dann stoße ich mal vor. Ah, Mondkiste. Hier geht's runter, Don. Bist du bereit? Ja, Moment. Let's go. Oh Mann. Der Augenkipp hier auf. Da ist der komische. Meine Zugangskarte ist abgelaufen. Aber Sie können das Schloss sicher umgehen. Ach, klar. Ja, komm. Junge. Vereil dich doch mal ein bisschen. Weg ihn. Was hat der für Fußspuren hinterlässt, der? Der Boot oder wir waren... Wir auch. Wir müssen den Vogel bestimmt gleich sichern. Guck mal hier, da rutscht ein kleiner Tiger. Oh, ja. Tiger. Die Batterie-Packs sind im Keller unter uns. Gehen Sie runter und wir kriegen beide, was wir brauchen. Hat der einen Knall, oder was ist mit dem los? Systembereinigung gestartet. Dateien gelöscht. Ich bin beim Zug, ey. Hm? Die Türen für den Garten. Bitte zurücktreten. Garantiert gehe ich noch. Nein, keiner. Was ist denn hier los? Warten Sie mal, ich mach mal. Das war eigentlich nicht so gemeint. Wir haben die Batterien besorgen. Wo sind die? Die müssen hier irgendwo sein. Die Gruppe von Hyenas auf dem Weg zum Odea-Store. Äh. Dieser Bastard Malik hat uns reingelegt. Der Arsch! Immerhin haben wir eine der Batterien. Es wird allerdings nicht einfach, sie da rauszubekommen. Oh Mann, der Arsch, ey. Ansturm der Hyenas überleben. Dankeschön. Sehr nett. Sauber, sauber, sauber. Sehr nett. Sehr nett. Das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Kommt noch mehr? Na ja, klar. Da wollen die alle nach oben. Ich weiß nicht, was die da alle wollen. Gehen Sie nach oben, Agent. Sie sind noch nicht in Sicherheit. Gehen Sie nach oben. Warte, hier ist noch eine Kiste. Hm. Sind noch nicht in Sicherheit. Nein, nagel. Ich brech mal die Tür auf. Wir sind so stark, Herr Hoxton. So stark. Was soll's sagen? Da stehen Sie drauf, ne? Das sieht nicht gut aus, was wir da gerade machen, aber nein. Äh. Und oben. Ja, ich auch. Und ganz viele gehe ich nach hier unten. Aber ich habe ein Geschütz. Machen wir die Platten. Ich auch. Und eine Rolli. Da kommen Sie jetzt die Treppe hoch, aber nicht mehr lange. Ja, hier steht ein normaler Ecke rum. Den sind noch ein. Ach, da drüben. Oh, Dicker. Scheiße. Da komme ich glaube, in meinem nicht mehr weiter. Oh, da kommt einer hoch. Boden. Wenn sie da nicht mehr hochkommt. Oh, der Dicke kommt. Oh. Alter. Was für ein Dicker, Alter. Ist immer kein Gelber, ne? Das war sowas von gelb. Aber er stirbt gerade. Und down ist er. Nein. Aber weiß nicht was Besseres. Da. Oh, 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 scheiße. Was denn? Wird kein angegriffen. Kommen Sie hier hin. Ich muss mal eben kurz was nehmen. Einer ist down. Und der Nächste möchte auch sterben. Auf keinen Fall. Nur, ich gehe mir noch nie auf den Keks und sterbe doch einfach. Jawohl. Warten Sie mal, ich sammle hier noch was ein. Ja, ich versuche auch noch was einzusammeln, wenn ich was viele da heiße. Ist da irgendwo was? Ich habe hier nichts. Bei mir war noch was Grünes. So, wo müssen wir jetzt hier raus? Wir müssen auf jeden Fall raus, irgendwie. Da unten. Äh, hier unten. Wo rennen Sie denn schon wieder lang? Nach unten. Hier ist der Ausgang. Jawohl. Was auch immer er verlagen wollte, er war bereit zu töten, um es geheim zu halten. Aber Sie haben überlebt und Sie haben eine dieser Batterien. Wir schicken ein Team, das den Rest abholt. Mit etwas Glück sind die Kommunikationsprobleme des Theaters damit erledigt. Was Malik betrifft, ich schätze, er wird erstmal untertauchen. Da muss dann irgendwo was sein. Warte. Da unten. Ich habe noch ein paar Sachen, die mir angezeigt werden. Ja, da drin aber. Warte mal. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt könnten wir eigentlich eine Schnellreise zur Siedlung machen und dann noch einen SAD-Tag mitnehmen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, noch den anderen Nebeneinsatz anfangen, ausführen. Ja, mal gucken. Wir machen jetzt erstmal... Wir gehen jetzt einfach zur Siedlung. Ja. Würde ich mal sagen. Und dann machen wir die SAD-Tag-Geschichte. Weißt du, ob wir da überhaupt so einfach hinkommen? Vielleicht müssen wir da auch erstmal durch Leute durch. Also nicht durch die durch, sondern... Ja, werden wir sehen. Wir wissen schon so an den Vorbeischleichen, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber sie sind gut, Agent. Sie halten sich richtig gut. So, ich habe den markiert. Ich bin noch... Ich bin noch am Weg zu Siedlung. Ich habe Heimaufträge. Ich kriege schon wieder die Info. Kommen Sie, wir gehen sofort weiter. Wo sind Sie denn? Hier. Warten Sie, ich komme. Wir können auch hier Geronimo machen, dann brauchen wir nicht laufen. Na, besser ist es. Und, dass der immer wieder weg ist, der Geronimo? So, und dann hier. Hier da. Hier da und da hier. Moment, ich muss ihn auch noch markieren. Sehen Sie das nicht von mir? Nein, im Moment sehe ich nichts. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier rauskomme, sind wir vielleicht. Elektronisches Gerät erkannt. Oh, warten Sie mal. Hier muss ich rum. Ja. Ich habe es hier. Ah, da. Okay. Super gemacht. Moment, stopp mal. Ich muss ihn dann auch mal eben kurz. Ach, da. Jetzt habe ich es auch noch schüttelt. Okay, dann go. Sie sind nur ein Köter. Hm. Hm. Hier oben rauf. Jawohl. Tragbares Gerät erkannt. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ich bin drin. Okay, ich auch. Hier ist eine Kiste. Aha. Okay, weiter. Scheiße! Wo denn? Ich bin... Scheiße. Ich kann mal sowas machen. Einfach reinrennen, ey. Machen wir mal ein paar Löcher, sagt sie. Einfach reingerannt. Ja, ich habe das auch nicht so. Ja. Die haben ja auch nicht... Die haben ja sonst... Und halten die sich ja immer. Ja, haben die sich ja. Ich habe sie nicht gehört. Ja, habe ich gemerkt. Los. Hier ist die SAD... Ne. Doch, hier ist sie... Bäm! Ja, ey. Wollen wir noch den Nebeneinsatz oder nicht? Die Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Moment. Ja, könnten wir noch machen. Moment. Ich gehe mal auf die Karte. Ja. Den Nebeneinsatz hier, ne? Ja. Ja, den nehmen wir noch mit. Erwollt. Dann müssen wir auf das hier drücken. Wieder raus hier. Der Exhibitionsraum. Die Exhibition... Die kriege ich wieder kein Ende. Die müssen nisten direkt. Jo. Rennt so vor der Zuntür. So. Die ist so verblindet, ne? Es ist unfassbar, die Frau. Vielleicht kommt wieder der Vollfossen. Na, was kann man sagen? Vielleicht kommt er wieder. Warte, 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 nur ab. Gleich kommt der Vollfossen. Stimmt ja. Sie sollten den Bereich sichern und dann nach überlegen... Wir müssen hier rein, kommen wir her. Wir sind ganz, ganz viele Freunde. Ja. Und hier liegt noch was. Oh, schön. Direkt für meine schöne Hose. Ich möchte darüber nicht... Ich möchte darüber nicht reden. Äh, hier sind schöne... Schöne Leute. Oh, scheiße. Soll man ein Geschütz da hinstellen? Einmal hallo sagen. Geschütz freut sich. Ja, ich blöd, man hat natürlich nie nachgeladen. Oder eine fackelt mal dahin. Der fackelt. Er schießt mal auf alles, was rot ist. Was fackelt so schön. Äh. Irgendwie sind die alle... Ihr bleibt nicht richtig. Geht aber ab! Wieso bin ich schon wieder am Arsch? Wieso nur ich? Was denn? Ich bin zu mir wieder am Arsch. Bitte Handfeuer, Waffe. Ich kann das nicht glauben, ey. Wer du? Ja. Kann das nicht glauben. Darum ist ein Schneidvieh, aber der ist gleich tot. Alter. Alter, ich hab einfach nur draufgehalten, ey. 100 Schuss in einer Spur abgeratzt. So, wo müssen wir denn hinten? Äh. Mach mal mein Geschütz kaputt. Nee, warten Sie. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Guck mal nach den Typen hier. Ich mach's kaputt. Ah. Scheiße. Alle Geiseln sind tot. Alter. Was? Nein, da kann ich nichts für. Wie? Ja, die liegen hier alle. Warum liegen die denn hier? Äh, da komm, geh ich nahe. Weil wir jetzt gleich auch liegen, wenn wir nicht aufpassen. Ah, unser Geschütz schießt. Gut, seit ich da unten gelassen hab. Sehen Sie? Gute Idee gewesen. Ich hab sowas schon vermutet. So, noch hier irgendwo welche? So. Ich hab keine Ahnung. Da unten. Kommt einer hoch? Schwere Verwundung entdeckt. Olin. Hier. Liegt. Das ist da was Rotes. Warum schieß ich denn nicht auf das Rote? Der Sniper hat keinen Bock mehr. Einer down. Ich mach's mal ne Rolly. Rolly ist heute in. Der Sniper hat auch keinen Bock mehr. Upsa, da war man böse. Er hat gut gerummst, ne? Auch gut. So, noch einer? Ja, da hinten ist noch einer. Und die Lala? Ja, ja, ich seh den Lala. Lebensfunktionen kritisch. Aber sie haben doch so eine schöne Schnee, ne? Ja, ich bin da gerade dabei. Noch ein Schuss und der ist weg. Stimmt. Wo kommt das denn jetzt? Ist da aber von unten irgendeiner? Alter, ich kann mit der Waffe die ganze Brüstung hier wegballern. Gucken Sie mal oben. Sehen Sie das? Haben Sie gesehen, wie ich die Brüstung da wegballer? Was ist da denn für ein Geschoss, was ich hier habe? Sterbe! Der kommt hoch. Jetzt nicht mehr. Es werden Aktivitäten auf dem Dach gemeldet. Versuchen Sie, hinaufzukommen. Don, gucken Sie mal hier, die Mauer, die vor mir ist, ne? Ja, ich seh die. Gucken Sie auf. Äh, ach. Gucken Sie auf, die Mauer. Jetzt auf die Mauer. Stehen Sie das? Ja, und wenn Sie ein Stück zurückgehen, wäre es vielleicht noch einfacher gewesen. Kommen Sie weiter. Gucken Sie das an. Ey, was sind denn da für Geschosse, die ich da ab voller, äh, Feuer. Aufs da? Vor allem voll an, sowas ab. Wo denn? Hier. Oh, sie sind so stark. Oh. Haben Sie super gemacht. Dankeschön. Das ist eine Kiste, bedacht ich. Pfanne. Ah. Wieder sehr, sehr übersichtlich, das Ganze hier. Hinten wir eine Kiste, aber macht nix. Sehr, sehr übersichtlich. Aha. Wo sind die Hyäenas denn? Da hinten sind sie. Wo denn? Da. Ey, also teilweise hab ich mir das Gefühl, dass du blind bist. Nee, ich hab nur in die andere Richtung geguckt. Ich hab da nicht hingeguckt. Ja, du guckst immer in eine andere Richtung. Geht das wieder los? Vielleicht kommt der Vollfrosten. Ich schwör euch das. Was für ein Vollfrosten. Wisse, ich wusste es. Da ist er gewesen, der Vollfrosten. Eins. Drei. Ich brauch ne bessere Position. Drei. Drei ist ein Snipey. Wo? Ich seh den nicht. Jetzt im Moment ist das unsichtbar. Wo ist der? Links. Elf Uhr, ungefähr. Da ist er. Ich seh den nicht. Ja, hinten da. Da, wo ich jetzt gleich schieße. Okay. Da. In der Ecke da hinten. Linke Ecke. Ich brauch ne bessere Position. Ich muss mal zu deiner Position aufrücken. Okay, da sind mehrere Snipes. Ja, ich komm mal zu deiner Position. Weil hier hab ich ein bisschen einfacher, den zu treffen. Ich mach's mal ne Rolli. Der erste Sniper möchte nicht mehr. Da ist ein gelber. Ich kümmer dich um den gelben. Hier ich. Oder ich mach's einfach mal. Da schmeißt einer ne Granate. Ich kann hier keine Position einnehmen, ey. Ne. Ich weiß auch nicht, ob ihn der da schießt, ne. Ist auch egal. Hauptsache der schießt. Vielleicht sind da noch unsere Jungs bei. Gibt's doch gar nicht. Ey, wieso treff ich den von hier aus? Der baut irgendwas. Ja, ich seh das auch. Ich mach's mal ne Rolli. Ich treffe den von hier aus nicht. Das stimmt doch was nicht. War nicht schlimm. Ich weiß, der baut irgendwas, aber... Der ist überhaupt nicht zu verletzen. So, ich muss mal... Pass auf, ich, äh, riskier das mal. Ich will wissen, was der will. Ja, ich will wissen, was der will. Vor allem, wo der drauf schießt, frage ich mich. Solange er nicht auf uns schießt, ist der auch gut. Ey, der ist voll verbuggt. So, der in die Laden. Ich glaube, der kommt auf mich zu. Ja. Ich bin verletzt. Der hat mich. Du musst ihn irgendwie rauslocken. Das bringt nix. Aber wie? Ja. Also, ich hab jetzt da drauf geballert wie so ein Doofen. Ich hab das nicht getroffen. Warten Sie mal. Ich bin gleich weg vom Fenster, ne? Ja, was soll ich denn machen? Ich kann doch jetzt hier nicht, äh... Dann bin ich auch gleich tot. Ich glaube, Sie brauchen doch nur in meiner Nähe kommen hier. Kommen Sie mal her. Ich liege doch hier ganz gut. Ich weiß nicht, wo der drauf ballert. Der schießt irgendwo drauf, aber ich weiß nicht, wo. Der ist aber fast tot. Jetzt kommt er. Der ist fast tot. Jawoll. Der ist weg. Suchen Sie nach versteckten Überlebenden. Nice. Der hat hier reingeballert. Die ganze Zeit hat der hier reinge... Ja. Hier, garantiert hier. Glück. Wir warten, bis es sicher ist und gehen dann zum Theater. Hier liegt was. Ah, die kommen wieder. Ja. Müssen die einmal noch abwehren und danach... Ja, Sie können aber auch mal ruhig auf die Uhr gucken. Weiß, hab ich schon. Wir gehen einfach weiter. Kommen Sie mit. Aufzug nach unten. Ein letzter Kampf. Möglich. Deswegen wird es jetzt ein bisschen länger dauern. Ja. Sind Sie bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Sie können sich das gar nicht holen. Okay. Dann. Da sind Sie. Ja. Ich stelle mal ein Geschütze hin, weil ein Geschütze ist immer... Äh, ich stelle mal... Scheiße, mein Geschütze ist nach oben. Stammt. Also, Rolli. Rolli! Geschütze steht. Und Rolli fliegt. Sauber. Einer ist noch da. Einer ist noch da. Jetzt nicht mehr. Oben sind welche. Kommt die denn nach oben, ey? Die Schweinebacken. Aua. Schwedenverwundung entdeckt. Ich muss mal eben kurz einen Medikip nehmen. Oh, scheiße, ich stehe total zu pferd. So, mein Geschütze ist auch wieder einsatzfähig. Das macht sich jetzt richtig bemerkbar. Ich hab so hochgestellt, hab das schießt jetzt oben auch. Boah, jetzt kommen sie alle da. Sniper 1 ist weg. Sniper 2 sehe ich. Da oben ist ein gelber. Sniper ist weg. Peblis, da oben ist Peblis. Peblis kommt hier gerade von oben, aber der versucht hier runter. Treff den nicht. Scheiße. Doch, ich hab ihn. Er kommt. Wenn der Arsch mal stehen bleiben würde. Mein Gott, nee. Ja, komm mal raus. So viel dazu. Down. Mega. Geil, ne? Mega mäßig. Der war richtig geil. Oh, ich hab da... Tufenaufstieg. Jawohl, Glückwunsch. Zehn. Ich bin gleich bei elf, ey. So, ich komm mal runter da. Alles einsammeln? Noch ein bisschen was einsammeln. Ja, Leute. Ja. Sommeln wir den noch so zum weißen Haus und dann Ende machen? Oder wollen wir hier Ende machen? Wir machen hier Ende. Wir machen hier, kommst du noch runter? Ja, ja. Ach, sehr schön. Da ist er schon. Ich muss noch eben einsammeln. Ja. Das noch einsammeln. Und das noch einsammeln. Okay, Leute, die Folge hat ein bisschen Überlänge gehabt. Ja, das stimmt. Aber wir wollten euch das eben halt noch zeigen, diesen Kampf hier. Genau. Jetzt gehen wir noch eben schnell raus und dann verabschieden bei uns. Jawohl. Das war geil. Das war nicht schlecht. Hat ordentlich gerumst. Und wir haben es alle weggemacht. Ha, und wie? Von Feinden bewacht der Ort erkannt. Ja, Agent. So, das war's, würde ich mal so sagen. Würde ich auch so sehen. Also, Leute, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.